Yo, Freunde! Wir sind heute vor Benno seiner Haustür und ihr wisst, zurzeit geht's ihm einfach gar nicht gut bei Gott. Und da dachten wir als gute Freunde, als gute Brüder, dass wir ihn heute aufmuntern gehen und ihm einfach einen schönen Tag machen. Hast du schon Vorstellungen, was wir heute machen können? Bitte. Aaaaaah. 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 Danke. Wir haben die Besten an. Geld auf Haus. Nein. Okay, ciao. Das steht immer voll geschehen. Junge, ganz bestimmt. Mahlzeit, mein Bester. Tenor A.B. 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 Aber was ist das für eine Decke, Alter? Du bist ein richtiger Gangster. Ich wollte dir was essen, ich hab Erbsen da. Junge, komm hier was schönes essen. Ich hab Erbsen da. Aaaaaah. Junge, was ist los mit dir? Guck mal, ich sag dir jetzt im Klaren, okay? Wir gehen zum Friseur, komm wie deprimiert um dein Bett. Du brauchst du irgendwelche antidepressiva Tabletten? Ich brauch nur... Was fehlt dir? Wärme. Ich brauch Wärme. Habt ihr Durst? Boah, ja schon, Alter. Wollt ihr was trinken? Bei Gott ja. Was kannst du dann anbieten? Warte. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah! Die ist zwei Monate abgelaufen. Warte. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah! Die ist zwei Monate abgelaufen. Mein Gott, geh mal wieder rein. Sei mir ehrlich. Wallah, sei mir ehrlich. 1-10 meine Treter. Die ist jetzt schon sehr schön. Chat soll entscheiden. Chat soll jetzt in Kommentare schreiben. Junge, wie lange schneidet er kein Friseur? Junge, ich glaub der schneidet seine Arsch an oder sogar. Hey, Junge! Komm mal her, Junge. Wie geht's dir? Warum hast du einen Käppi an auf den Friseur? Priorität, mach. Digga, ich hab's gecallt. Was hast du? Ich hab's gecallt. Sag doch einmal, du hast gecallt und du wirst sehen, was ich mit dem mache. LOL. Oh mein Gott, das hast du nicht gemacht. LOL, Digga. Meinst du? Ich hab's gecallt. Here we go. Ey, Jungs, ich kann nicht mit euch rumlaufen, wenn ihr Dabs auf der Straße machen. Ey, Junge, das ist doch nicht schlimm, Junge. Ey, Jungs. Digga, warum ist da ein Traktor? Wallah, billah, warum fährt hier ein Traktor auf der Straße? Piep, piep. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also wir probieren jetzt ein Essen aus einer Nationalität, wir haben das noch nie gegessen. Und ich bin sehr gespannt über... Charum Khan. Komm, wir geben ein paar Stichwörter nacheinander und die erraten dann. Okay. Liebevoll. Cristiano Ronaldo. Hallo, mein Name ist Ranjit. Curly. Irgendwas sagt mir, dass es Indisch ist. Ja. Ich mach den Curly. Salam. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Indien. Also ich komm ja gebürtig aus Bangladesch, aber Indisches Essen muss ich einmal probieren jetzt. Ich muss deswegen... Let's go. Hallo. Hallo. Freuen wir essen? Ja. Und Curly. Curly? Okay. Danke. Das ist mein Bruder. Send you. Send you. This is for YouTube. You from India? India. I love India. I can't say... I can't say something in Indisch. I can't say something in Indisch. I can't say something in Indisch. Das ist unser erstes Mal Indisch. Kannst du uns was empfehlen? Was leckeres? Zweig. Ohne Knochen. Ohne Knochen. Ohne Knochen. So. Okay, ich mach jetzt Taste Check von dieser Chicken Dicke. Erstes Mal Indisches Essen. Mmmh. Sehr lecker. Er guckt mich die ganze Zeit an, ja? Deswegen kann ich nicht sagen, dass es mir nicht schmeckt. Aber eigentlich schmeckt es mir nicht bei Gott. Aber er guckt mir so süß und lächelnd an und äh... So. Ja. Bester Mann. Bester Mann. Ja. Was ist der Typ? Schmeckt ganz gut. Schmeckt gut? Ja. Ich hab das Ekligste bekommen. Und ihr habt leckere. Füße? Eins bis zehn. Sechs minus fünf. Boah. Das ist das leckerste, ne? Oh. Das ist sehr scharf. Boah, wir sind fertig. Offen und ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Soll ich ehrlich sein? Nein, bitte lüg uns an, weil wir mögen uns angelogen zu werden. Bitte lüg uns einfach an. Das ist süß. Ey. Ah, du hast gegen Kette. Wallabilla, du hast gegen... Ah. Das hat nicht geschmeckt, nein. War nicht lecker. Ich find ehrlich, das Essen hat mir geschmeckt. Es war bedienungsbedürftig. Was bedürftig? Was war das bedürftig? Fortnite. Ich geb den ganzen Essen eine 6,5, weil ich würd's auch essen, wenn ich verhugern würde. Ja. Ich liebe, liebe, liebe Indien, das Land. Ich liebe das Volk. Ich liebe Filme von denen. Aber Wallabilla, das Essen hat mir nicht gut geschmeckt. Wenn hier irgendein Inder das jetzt grad sieht, ich schwöre, sag mir einen guten indischen Namen. Ich probier nochmal. Aber Wallabilla, ich geb's offen und ehrlich. Wallabilla, ne 5 von 10. Aber ich bin... Und ich sag nicht, dass unser Essen das leckerste ist, aber... Es ist halt bedienungsbedürftig, ne? Ich würd's nicht nochmal essen, sagen wir so. Hör auf mich, du Schlangen, Junge. Hast du Strom im Arsch? So ungefähr? Du hast schon keinen Po, ne? Hör mal auf, was ist das? Digga, mit was läufst du hier rum? Der hat Wachstreifen. Der hat Wachstreifen. Okay, ich bin jetzt wieder zu Hause und wir haben heute ein Special Guest dabei und zwar... Alana! Sollen wir Eis kaufen? Ja, sollen wir gleich Eis kaufen gehen? Okay. Ey Alana, ich muss bald meine Cousine heiraten. Nein. Doch, ich muss. Findest du Mädchen mit Schnurrbart schön? Nein. Nein. Nein, ne? Du hast doch selber einen Schnurrbart. Ihhh. Warum lachst du die ganze Zeit, wenn ich Kaka sag? Freunde, guck mal jetzt. Kaka. Ihhh, Kaka. Ihhh, Kaka. Ihhh, Kaka. Was ist denn daran so lustig? Oh, ich muss pupsen. Brrr. Ich hab doch nicht echt geforzt, Junge, du Dummkopf. Wie heiß ich? Nono. Ich heiß nicht Nono. Ich heiß Manuel. Sollen wir Kiosk gehen? Ja, komm. Jupp. Juppa Jupps. Juppa Jupps. Was? Nein, nein, komm mal her, komm mal her. Darf sie spätzen, komm mal her. Hast du Mama schon gesagt? Du liebst, du hast sie gar nicht gesagt. Nein, Mama. Was? Mama. Aber glaubst du, sie wird ja sagen? Sollen wir eigentlich gehen? Was? Okay. Ey Bruder, wohin gehen wir jetzt? Zuwan. Wohin? Zuwan. Und mit was fahren wir? Piep piep. Nein, und dieser andere Auto? Brumm brumm. Und was ist Brumm brumm? Brumm brumm? Brumm brumm. Bro, what are you talking about man? Wie alt bist du eigentlich? Fünf Jahre. Du bist nicht fünf. Nein, Jahre. Ja, aber du bist nicht fünf Jahre. Ja. Du bist zwei Jahre. Ja. Kuna Bavita. Kuna Bavita. Ah, nein, da komm mal, komm mal. Kuna Bavita. Kuna Bavita. Kuna Bavita. Kann ich mich tragen? Was? Kann ich mich tragen? Mein Kragen. Ja, aber bist du faul? Ich kann nichts sehen. Guck mal, sie sagt, sie kann nichts sehen. Erachte jetzt. Okay, komm, du kannst nichts sehen. Komm, komm. Hä? Jetzt kannst du aber wieder sehen. Du kleiner Lüchter, du. Kuna Bavita. Kuna Bavita. Kuna Bavita. Kuna Bavita. Kuna Bavita. Guck mal, ein Auto kommt hier. Oh mein Gott, wir müssen weg von der Straße. Mein Bruder. Mein Bruder. Mein Bruder. Mein Bruder. Mein Bruder. Magst du mich am meisten? Nein. Gib mal einmal Hand. Freundschaft beendet. Ciao. Nein, nein. Nein. Nein, nein. Du kannst mich hier. Du hast gesagt, wir sind nicht beste Freunde. Ey, hör doch auf zu lügen. Jetzt lachst du wieder und jetzt kannst du wieder sehen? Ja. Du lügst mich also an? Ja. Danke, ich liebe dich auch. Ja. Ich liebe dich. Mm. Mm-mm.